Heinrich Lutz war ein deutsch-österreichischer Historiker. Leben Der Sohn eines Ingenieurs besuchte das Gymnasium in Augsburg und studierte seit 1940 Geschichte und klassische Philologie in München. Er wurde im Zweiten Weltkrieg als Soldat eingezogen und geriet in Kriegsgefangenschaft. Nach dem Abschluss seines Studiums wurde er 1952 in München als Schüler von Franz Schnabel promoviert. Danach arbeitete Lutz zunächst als Studienrat, später als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Rom. 1961 habilitierte er sich mit einer Arbeit zur Geschichte des 16. Jahrhunderts an der Universität München. 1962-1963 wurde Lutz als außerordentlicher Professor an die Philosophisch-Theologische Hochschule Passau berufen. 1963 folgte ein Ruf als ordentlicher Professor an die Universität Saarbrücken. Seit 1966 lehrte der Linkskatholik als ordentlicher Professor für die Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien. Werke Konrad Peutinger Beiträge zu einer politischer Biografie Die Brick Augsburg 1958 DNB 453.117.279 Demokratie im Zwielicht Der Weg der deutschen Katholiken aus dem Kaiserreich in die Republik 1914 bis 1925 Kösel, München 1963 Der politische und religiöse Aufbruch Europas im 16. Jahrhundert Propelin Verlag Berlin 1964 Christianitas Afflickta Europa, das Reich und die päpstliche Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls, Wandenhöck und Ruprecht Göttingen 1964 Österreich, Ungarn und die Gründung des Deutschen Reiches Europäische Entscheidungen 1867 bis 1871 Propelin, Frankfurt am Main 1979 ISBN 3-549-07392-5 Reformation und Gegenreformation Oldenburg, München 1979 ISBN 3-486-495-852 Das Ringen um deutsche Einheit und kirchliche Erneuerung Von Maximilian I. bis zum Westfälischen Frieden 1490 bis 1648 Berlin 1983 ISBN 978-3-549-05814-5 Zwischen Habsburg und Preußen, Deutschland 1815 bis 1866 Siedler Berlin 1985 ISBN 978-3-886-8-0-055-1 Auszeichnungen 1973 Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1983 KOR Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1985 Präsident der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Auszeichnungen 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 Vielen Dank.